Heyo Leute, hier sind wir dann auch schon wieder mit Donkey Kong 3, Art Hohlraum-Headie und Art Ritard Rapid, ja schon fast falsch gesagt, so Ritardet. Ja, aber im letzten Zusammenschnitt Gott sei Dank endlich alles beisammen, um ins letzte Level zu gelangen. Ne? Genau! So, lass krachen, Boomer! Hast du doch nicht ein kleines Zahnrätschen! Was geht bei dem? Ich denke, das würde genau in dieses Gome, in diese, ja, steck da hinein und schau, was geschieht. Das hat man doch schon! Ja, ich weiß, keine Ahnung. Vielleicht speichert er das nicht. Hatte ich erwähnt, dass meine letzte Vorfügung 25 Nils kostet? Sie ist ja, als würde es nicht fährt! So, ja, komm. Gute Idee, Kongs! Du hast damit genau einen von Boomer's Vorfügungen verworben! Nein, wir müssen nur auf den roten Buzzer drücken, wo er nicht mehr verkabelt ist. Genau, doch, das im Tisch reffelt. Das ist doch auch erstmal eine halbe Stunde. Rappelt, die Spannung. Die Spannung. Wieso hat er das Kabel nicht rechts lang gelegt, da? Weil da eine Klippe ist. Ja, und? Soll er auch klettern, vollpist? Er kennt ja Grannys Hülle in die Luft, jagen. Wir hätten vorher auch Leben sammeln können. Egal! Ja, mit drei Themen, oder was? Was ist das? Oh Gott, nein, ich weiß, was es ist. What the fuck? Wie geht das? Mach ich was falsch? Runter? Ach, du steuerst du? Steuere ich? Ja, du. Ich komm grad nicht mit. What the fuck? Was? Was zur Hölle? Entweder, hä? Es geht runter, das ist richtig. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Bonus. Nein, nein, wir müssen nur ans Ende kommen. Ja, hier ist nix. Nein, wir müssen nur ans Ende gelangen. Ach ja, nur. Ja. Kann man hochsteuern? Ach, man kann bremsen, ach so. Oh, das ist gegenswitzt? Ähm, ja. Ach, das ist... Nein, du hast Fuel verpasst. Du kannst gleich nicht mehr bremsen. Hä? Nicht dahin. Fahr einfach runter, runter. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Nicht so viel bremsen. Ah! Sag mal, ich muss erstmal hier klarkommen, wie du aufkommst. Ganz einfach, du bremst, du hörst, dass du die scheiß Raketendüsen benutzt, ne? Ja. Und wenn du zu fest auf den Stein aufknallst, sind wir tot. Und danach müssen wir Leben sammeln gehen. Ja, aber mit dem Lenken da, das war ein bisschen scheiße. Äh, ah, so macht man das. An und aus. Wieso? Was? Wieso geht das nicht mehr an? Ja, siehste. Es geht nicht mehr an. Ach, ich muss gedrückt halten. Nein. Doch, ich muss gedrückt halten. Okay. Jetzt geht's nicht mehr an. Hä? What the fuck? Ist das Buggy? Ich hab keine Ahnung. Deswegen, du schreist da rum, ich... Leben, 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 leben. Ups. Ah! Okay. Also, das ist Game Over Ink. Ja, wir schaffen das jetzt. Ist das Buggy? Oder muss man hoch und runter drücken und nicht Gas geben? Was drückst du denn? Äh... Was machst du denn? Links, rechts und? Ja, und hoch ist beides, glaube ich. Ah, nein! Wie bremst du? Hoch. Ah, okay. Ich hab die ganze Zeit einen anderen Knopf gedrückt. Äh... Dein Fuel ist gleich alle. Nö. Wir haben ein Leben geholt, Rappi. Also, Leute, dann bis gleich. Ja, Leute, da sind wir auch direkt schon wieder. Hehe. Mit Raketenstart. Ja, haben wir ein paar Leben gefarmt. Wieso hören die Düsen nicht auf? Ah, schwule Düsen. Ah! Ja, ich glaube, Gegner sind egal, aber... Fuel, fuel. Weg gefueled. Denk dran, wenn du geradeaus bremsen willst, dann musst du einfach... Steuerkreuz nach oben oder unten oder irgendwas, das war. Uh, es geht nicht. Ne, nach oben kommst du nicht. Hä? Wieso geht's jetzt wieder? Ich bin verwirrt. Ah ja, nicht so viel da rum. Ich verstehe die Steuerung hier nicht so wirklich. Rapid, nicht so viel. Ich hab das nicht extra gemacht. Oh Gott! Warum zerplatzt die blöde Kiste denn sofort, ey? Ich verstehe, die Schalik nicht so ganz. Ja, das war mir klar, Rapid. Jetzt hier... Hol rum, Heddy am Start. Ich muss auch nochmal gucken, okay? Äh? Da bauen sie die Beef. Ja, du musst sie mit deinem Feuer treffen, dann machen sie nix. Huh. Wo war das nächste? Äh, da unten rechts. Rechts. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ja, ja. Und jetzt musst du dich wieder rechts halten gleich. Huh. Hallo! Runter. Oh je, schon wieder halber Sprit. Da! Sprit! Ja! Hi! So dämlich ist Scheißi! Riefer! Ey, das wurde unkontrollierbar. Ohne Scheiß. Wir machen einfach einen Drop of Death. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist so eine richtige Arschbombe hier runter, ey. Beste Rakete ever, weißt du? Hör auf zu raketisieren. Ah! Ah! Oh ja, Reffel. Ich mach gar nix, wieso bremst die manchmal? Das bin ich! Nein. Ah! Oh Gott, das ist das Richtige für uns. Aber echt mies, dass man sofort... Das Steuerkreuz und nicht mehr den Joysticks, ja. Ach. Vielleicht bringt das was. Hm. Das war dieses Level, da bin ich mit Runterspringen noch besser dran. Alter, ey, das ist so mies. Da sind wir doch mit Runterspringen besser dran. Ja, warum kann ich einfach da runterschwängeln? Was soll das? Das ist voll unfair. Rapid, glitch dich mal da durch. Glitch, glitch. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt hier oben... Ich will da hoch. Das geht nicht. Hör auf! Ich mach gar nix! Ich mach nix! Warum war da ein Pfeil unter die Plattform? Müssen wir da später wieder hoch, oder was? Das ist manchmal auch richtig schwer zu steuern. Da, dieses Hochdingsten, das mach ich gar nicht. Äh, ja. Genau. Alter, ich will runter. Was soll das? Ja, langsam. Es ist immer zickzack. Oh! Ey, ich raste gleich aus. Padadadadadapadadababa! Ich raste gleich aus. Oh mein Gott! Ey, was ist das denn? Es ist voll anstrengend. Das ist, das... Lass dich gar nicht richtig steuern. Ich weiß. Das ist ja mal voll gestört. Das ist bestimmt buggy. Das müsstest du nur machen. Repet, ohne Witz. Oh, hallo! Yay, mehr Fool! Weggeburnt! Wer hat sich dieses Level ausgedacht? Scheiss! Links, links, links! Links, 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 links! Oh mein Gott! Ich war zu lange, Arsch! Dann hat die Biene mich weggebomstet! Drop of Death! Drop of... Oh! Ja, dann explodiert das einfach. Das ist aber komisch für mich gar nichts. Also E steht nicht für Empty, sondern für Explosion. Das ist die Michael Bay-Anzeige, ey. Michael Bay! Ja, aber wie dumm, ey! Dann willst du dir dahin gleiten, dann hast du aber nicht genug Power und die Biene bounce dich weg. Deswegen musst du die Biene auch mit deinem Auspuff berühren. Rappet, das mag ich nicht. Bremst das Ding vielleicht automatisch? Nein! Nur dann dauert's länger, bis du... Äh... Wieso bremst das manchmal? Ch- Hallo! Schulabine! Rappet! Was? Streng nicht mal an! Och! Das ist voll die uncoole Steuerung. Also die Lost World ist echt hier... Ne? Ich find's ja nicht so schön wie im Zweier. Ja... Hier sind nur Nerven-Levels... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bremsen! Bremsen! Links! Rechts! Ah! Bleib doch stehen, ey! Anniko! Hallo! Ja, hau den Fuel raus! Wer braucht denn den schon? Recht! Recht! Ja, ja! Rappe... Rechts! Rechts! Alter, es ist nicht Untergrund... Hallo! Sound ist weg! Sound ist weg! Links! Links! Ja! Rechts! Rechts! Links! Ah! Ah! Du bist weiter gekommen! Rechts! Ah! Hör sie weg! Hab ich, Rappet! Ah! Oh! Hoch! Vollgas! Hoch! Oh nein! Nein! Ach nee, das ist invertiert! Oh nein, was ist das denn? Links! Links! Ja, ich... Rappet, ich versuche es! Gott sei Dank ist das Ding verstärkt und geht anscheinend nicht mehr kaputt. Ich hab zwar keine Musik, aber egal, ich mach's mal nach. Din! 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 Komm jetzt, mach! Schneller! Hoch! 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 Rechts! Bam! Ich bin zu oft gegen die Kanten geflogen. Fast jedes Mal, aber egal. Im Rennspiel hättest du verloren. Halt die Klappe! Los! 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 Oh, ruckelt das jetzt hier, Alter! Ja, es hat minimal geruckelt. Ne, ne, ne. Ja, meistens ist es noch rechts und links, aber... Oh, stimmt! Invertiert! Sorry! Invertiert, du hattest ja was gesagt! Ja, hörst du ja eh nicht zu! Uuuh! Ja, das kostet Zeit, ey! Oh! Hahaha! Bananen! Vitamine! Ja, ich sammle sie ja schon! Ja! Oh Gott! Ist doch noch schlechter als ich, ey! Ist doch gar nicht wahr! Oh doch! Hahaha! Ja, ich bin ein bisschen weiter gekommen, meinst du! Und trotzdem verreckt! Ach Mensch, ey! Wäre das nicht besser gewesen... Uup! Wollte jetzt ger Burg hin. Aber... Wenn wir den. Den selben Weg wieder hoch fliegen würden. Nein. Au maaannn... Ich mag das. Das Hochfliegen! Ich fahr jetzt schon hoch. Nun!!! Nein!!! honey, sorry. Oh my god! Oh my god! Flieg! Nein! Hey, wie perfekt muss man das denn jetzt fliegen? Zeig ich dir gleich. Gut, du hast ja auch jetzt langsam Erfahrung drin. Ja und du guckst nur zu und machst nix davon. Ja, genau so sieht's aus. Komm. Ja, hoch mit dir du Nussgesicht du. Dann steig mal aus, dann geht das schneller. Ja, genau so sieht's aus. Ja, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Meistens rechts, links und dann irgendwo in der Mitte, ey. Ich sag dir hier das noch immer an, ne? Und du lässt mich da eiskalt im Stich. Links, rechts, Mitte. Ich hör eh nicht auf dich so. Du hast eh keine Ahnung. Mitte. Oh, ist das so asozial. Ja. Och ja! Rappelt, das geht! Ich war weiter als du. Ich war weiter als du. Ja, wir steigern uns. Zum Glück haben wir... Wir steigern uns. Wir steigen mit der Rakete. Wir haben eine Lernkurve. Auch wenn sie ziemlich klein ist. Nein, steigern im Sinn von. Wir steigen auf. Ach Rappelt, das ist wieder zu... Ach ja, halt. Erzähl doch mal was. Kommentar. Rappelt, sag doch mal hier, ey. Ja, weiss nicht, links. Rechts, 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 rechts. Jaaa. Geradeaus. Nein doch nicht, rechts. Alte Tesch. Links, links, links. Rechts, 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 rechts. Links, 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 links. ich hab's auch gesehen ich war weiter ich hab noch bananen davon gesehen nur idioten ja nur idioten ja flieg hochkommt rechts links sagt am besten gar nichts an ja also wir fliegen hier wunderschön mit einer rakete nach oben wie ihr es beobachten könnt hallo und versuchen endlich mal dieses schwule ende zu erreichen ja musst du gleich rechts 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 links da sei ruhig ich steuer nämlich genau anders als du sagst und das irritiert volle möhre fliegt doch da hoch ja sehr schön endlich hast du auch mal was gemacht ok jetzt bricht die plattform ab ich bin so gut wir haben alles baby eine flagge noch ein zahnrad das scharnrad of destiny so haben wir auch eine blaue flagge so muss jetzt immer versparen ja eine jetzt speichern wir kannst dann gucken wir springen ach ich bin dran was kann ich runter springen die klippe echt geht das weiß ich probiere gucken wir mal so jetzt speichern wir dann gucken wir was in der mitte des sees auf uns lauert in crematora oder wie es ja ist eine schildkröche und daran müssen wir noch mal nach funky kong gehen weil wir haben ja auch noch ein paar dk münzen und da kriegen ein neues gefährt und sammeln noch mal weil er doch nicht alles das spiel ist komplett neu und was dann auf euch wartet ja das werdet ihr noch nicht erfahren jetzt gehen wir erst mal ein boomerach boomsbude macht er so als wäre es ein folgen ende schön wieder eines dieser rädchen zu egal weiter jetzt sind alle drin irgendwie scheint sich nichts zu tun oder was ist das bloß für ein lärm hey schau mal nach draußen kommst du willst du sie glauben heißt als wäre die maschine von anfang an da gewesen und er hat sein haus darum gebaut er ist voller besetzer hallo ich kann sich wegdrücken doch vor allem was sind das für orgen sachen die er in die luft gejagt hat er ist voller ausbesetzer aus